So, da sind wir wieder zu einem neuen Part von The Witcher 3. Wir sollen jetzt den Wahrsager besuchen und da machen wir uns mal gleich auf den Weg zu ihm hin. Ich denke mal, wir laufen. Roach muss ja auch mal eine Pause machen. Das hier hatten wir schon... Hatten wir das nicht schon zerstört? Okay. Dann zerstören wir es eben nochmal. Ach, jetzt kommen sie hier raus, oder was? Ihr könnt ruhig bleiben, wo der Pfeffer wächst. What the fuck? Wie kommen denn hier? Da ist noch einer. So, tschüss. Neckarherz. Mh, lecker. Lecker ist der Neckar. Oh Mann. Ich suche mal diese Mutagene. Die kann man eigentlich ziemlich gut gebrauchen. Da vorne sind ja schon wieder so viele. Verdammt. Die kommen ja mal wieder. Aua. Damn, you're ugly. Aua. So. Also irgendwie bringt es das nicht, das zu zerstören, oder? Ich komme ja immer wieder. Der Kacke. Schade. Ich dachte, dass man die irgendwie los wird, wenn man es kaputt macht. Aber es ist anscheinend nicht so. Schade. Ich mag die Viecher echt nicht. Garret, was machst du da? Ja, ist klar. Eine Servierplatte. Okay. Kann man bestimmt gebrauchen. Das kann man auf jeden Fall gebrauchen, ja. Kann man hier noch rein? Gibt's bestimmt nichts. Okay, das ist zerstört geblieben. Immerhin. Streitkolben. Kronen. Lass nämlich gerne mit. Jeden Cent nehmen wir. Okay, da vorne müsste es eigentlich sein. Ein kleines Dorf. Auch eine neue Markierung. Sehr schön. Ähm, wir können ja mal mit denen reden kurz. Ist ein anderer jetzt. Äh. Reden wir über unsere Belohnung. Ja. Sehe ich auch so. Naja, wir hätten ruhig mehr machen können, aber. Okay. Phantom der Handelsroute. Das können wir eigentlich danach machen, wenn wir mit dem Wahrsager gesprochen haben und seinen Auftrag machen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ähm, wir müssen mal hier irgendwie rüber. Ja, Garret, unser Spider-Man hier. Hallo? Ähm. Okay, hier drin ist keiner. Dann da. Ähm. Ja. Hab genug. Haha, Garret. Ich sehe einen White Wolf. Er ist ein Endless Cavern. Er singt ein Hymn von Madness und Despair. Er singt ein Hymn von Madness und Despair. Er singt ein Hymn von nicht, denn er kann nicht sterben. Ah, ja. Das ist nicht der Zukunft. Er ist durch das. Und du hast wahrscheinlich gehört über das in ein paar Ballade. Ich laufe jetzt nicht durch die Gegend und pflücke magische Wurzeln. Ich will es eigentlich schon machen. Ja, mhm. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Der Typ ist irgendwie ein bisschen ja... Ich glaube, der schickt uns nur so rum, damit er irgendwie Sachen bekommt. Aber, na okay. Drachenwurz. In einer Höhle. Und was wird denn in dieser Höhle drin sein? Zum Glück ist diese Höhle nicht weit entfernt. So, ein bisschen was hier einsammeln. Ich laufe immer an die ganzen Kräuter vorbei. So ein Scheiß. So, die Höhle ist hier unten irgendwo. Aufpassen. Oh, wow, wow. Fuck it. Das sieht schon mal nicht gut aus. Absolut nicht. Ähm, ja. Da würde jeder Normale sagen, nee, da gehe ich nicht rein. Auf keinen Fall. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich speichere mal kurz. Sicher ist sicher. Okay. Dann gehen wir mal rein. Okay. Das ist ja bestimmt irgendwie tiefer drin, ne? Oh Gott, das ist hier total dunkel. Das ist auf jeden Fall nicht... Hier wird irgendwas sein. Abgesehen von den Ghoul. Sind das Ghoul? Ja. 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 Lecker. Hier ist ein gartner Pferd. Komm mal her. Ja, ja. Oh, das arme Pferd. Monsterherz. Monsterleber. Hier muss da irgendwo was sein. Oder? Da vorne. Keine Ahnung, aber das werden wir bestimmt herausfinden. Ob er uns verarscht. Ob er uns verarscht, den Stopfchen, diese Drachenwurz, sowas von irgendwo rein. Hm, ich hab eigentlich gedacht, da kommt jetzt irgendein fettes Vieh oder so. Mir fehlen ein bisschen so eine fetten Riesenmonster. Aber sie kommen bestimmt noch. An irgendeine Ecke. So, wieder hier rüberspringen. Und hier weite immer noch die Frau nach stundenlanger... Äh, ja, ich bin weg. Hier ist das, was du haben wolltest. Okay, ich bin gespannt. I see a wolf striving forward towards a solitary tower, midst a blizzard. He follows the swallow. Yet the swallow does not heed the wolf's howls. Soar in higher and higher, for it knows tis its last flight. As do others say, so shall it be. Look for the signs. The world will perish amidst ice. And be reborn with the new sun. Okay. Reborn of the elderblood, of Hen-Iker, of a planted seed. Das klingt nicht gut. Und warum der letzte Flug von der Schwalbe? Der Schwalbe ist nämlich Ciri. Oh, fuck. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich hoffe nicht, dass es ihr letzter Flug ist. Oh, je. Das hätte ich mir ersparen können. Jetzt bin ich noch unsicherer. Ähm. Wo waren jetzt diese eine Quests hier? Irgendwas mit Phantom oder so? Ähm. Ist das ein... Ach hier. Phantom der Handelsroute. Empfohlene Stufe 23. Ach, fuck it. Ich hab gesagt, ich mach die und jetzt ist die Stufe 23. Okay. Vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht auch nicht. Oh, das sieht voll geil aus. Der Sonnenuntergang. So, hier liegt er schon mal. Alles kreuz und quer durch die Gegend. Hm. Oh, war ja. Oh, war ja. Dann folgen wir mal den Geruch. Es ist manchmal schwierig, diese Spur zu sehen. Oh, Mann. Ähm. Ich mach mal kurz Meditation, damit unsere Sachen wieder aufgefüllt werden. Inventar. Wir haben jetzt hier noch das eine Mittel ausgerüstet, was für Vampire ist. Das brauchen wir jetzt nicht. Das würde ich gerne wechseln. Angriffskraft beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Ähm. Ja. Dann nehme ich einfach das wieder. Mal kurz Waffen gucken. Haben wir hier irgendwas Besseres? Oha. Auf jeden Fall besser. Vielleicht noch eine Stahlwaffe. Wir haben hier irgendwie nur Silberschwerter. Oder nehmen wir die hier. Hm. Okay. Ich drücke immer einfach. Rüstungsreparatur-Sets. Machen wir das mal. Na gut. Vielleicht schmier ich noch irgendwas auf dem Schwert drauf. Ich mach einfach mal hier Besschenöl. So. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wo führt uns diese Spur nur hin? Oh, eine Höhle. Yeah. Liegt schon eine Leiche. Autsch. Okay, ich speichere lieber es nochmal. Weil das ist jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen härter. Das andere war ja jetzt eigentlich gar nichts. Das mit dem Wahrsager, meine ich. Flüchtlinge. Da sind Leute unten? What the fuck? Ein Apfel. Endlich mal was gesundes hier. Sonst kriege ich immer nur Bier oder sowas. Ähm. Hallo? Warum seid ihr da? Ja? Ja. Ihr eyes. Die Schleunschsoe in der Nacht. Thorn hat firstet mit der Lizard kommen. Thing that attacked. How big was it? Well, too big to squeeze in here. It were huge. And those teeth. Blah. We barely escaped. Wonder if it killed the traitors. Poor son sure at it coming. Important thing now is to get out of here. Will you help, Master Witcher? Was ist passiert? Hat er uns eigentlich schon mehr oder weniger erzählt? Sehr gute Entscheidung. Was? Königlich? Was? Wie groß ist das Vieh, wenn es hier nicht reinkommt? Er hat gesagt, der ist hier nicht reingekommen. Ähm. Ähm. Okay. Das Vieh ist auf jeden Fall sehr groß. Oh weia. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass wir jetzt dahin gehen. Oh weia. Das kann echt schief gehen, glaube ich. Oh, das werden wir sehen, wenn ich jetzt sterben werde. Dann wisst ihr Bescheid. Lauter Pilze. Haben wir denn irgendwas gegen diese Viecher? Irgendein Mittel? Gruftweib. Greifen. Äh. Hier. Leider nur eins. Schade. Können wir noch irgendwas herstellen? Was uns helfen könnte? Aha. Verdammt. Na gut. Lassen wir das. Wir werden jetzt eh sehen, was jetzt auf uns zukommt. Okay, das sind mehr als einer. Fuck it. Ich hebe das Zeug erstmal für den Dicken auf. Weil das sind wahrscheinlich nur die kleinen Fische hier. Ey. Ich bin mit dir. Ja. Ja. Der hat gesessen, bitch. So, was ist das Nest hier, oder was? Mach ich gerne. Ja, das denke ich mir auch. Na, klasse. Irgend so ein Fetter ist hier. Ja, ja, machen wir ja. Ich frage mich, wie die da... Ja, rauskommen. Manchmal sagen die ja, die kommen da irgendwie aus diesen Löchern raus, aber... Ey, ich sammle gerade... Ein. Jetzt kommt, du bist bestimmt nach oben geflogen oder so. Pass mal auf. Aha! Oh, fuck. Hallo. Wollen wir spielen? Kommst du bitte mal runter? Ja, der ist schon ein bisschen größer. Aber jetzt nicht so groß, wo ich sage, oh mein Gott. Eigentlich nachladen jetzt hier. Wir wollen ihn töten. So. Wir haben ihn. Cool. Können wir irgendwie den Kopf ab... Ja, erzähl ruhig rum. Bitte. Aber wir kriegen keine Trophäe. Das ist scheiße. Na gut. Oh, das Zeug hält eine Stunde fast. Alter. Hätte ich das gewusst. Ja. Nimm die Trophäe. Wo denn? Ach, da. Hat er schon abgeschnitten oder was? Wie jetzt? Da liegt einfach nur der Kopf so rum. Okay. Überlastet. Hol dir die Belohnung. Machen wir gleich. Ich bin gerade überlastet. Ja, toll. Ist immer blöd, wenn man alles wegmachen muss. Wir haben aber zu viele Schwerter irgendwie. Einfach zu viel. Ich mag es aber immer nicht so, die Sachen wegzumachen. Hm. Wir kriegen immer mehr Trophäen, ey. Die machen auch ganz schön Platz weg. Na gut. Ein paar Sachen zum Verkaufen haben wir wieder. Ja, okay. Dann holen wir mal unsere Belohnung. Ich hab mir eigentlich was viel, viel Größeres vorgestellt. Der war ja jetzt nur so, ja. Ein kleines Stückchen größer eigentlich. Ach, die Wölfe lernen es auch nie. Oh, jetzt geht er hier in die Stadt rein, oder was? Hallo. Was ist hier? Greif dir die Leute an. Was ist denn los? Ja, da sind Wölfe. Dann mach doch auch mal was. Komm her. Komm, Fiffi. Ich weiß, es sind Wölfe und kein Hund, aber... Kann man ja auch sagen. So, ich möchte jetzt unsere Belohnung haben. Tut mir auch leid. Hier, take this. Thanks. Farewell. Yeah. Wieder einen Auftrag geschafft. Sehr schön. Meditieren wir mal. Ein bisschen. So. Wechseln wir mal wieder alles hier. Achso, und welche Quests wollen wir jetzt machen? Schatz suchen gibt es auch ganz schön viele. Wie ist der Brief, den du gefunden hast? Was zum Teufel? Wie viele Schätze gibt es denn hier? Fehlschlag. Sind immer noch die drei? Verdammt. Ach, diese Rosa sollten wir ja auch noch Fechtunterricht geben. Sollen wir das mal machen? Die verarschen uns ja beide. Das sind ja so eine Zwillinge. Eine ist frecher als die andere. Okay, die eine war frech. Die hat uns ja Eiskäff verarscht. Ähm, hier auch wieder in der Stadt. Ich hoffe, es ist nicht zu spät, weil da stand, ich soll am nächsten Tag hingehen. Aber es ist jetzt schon, joa, ein paar Wochen her. So viele Tage, wie wir es schon jetzt hinter uns gebracht haben, das ist auf jeden Fall schon mehr als ein Tag. Aber sie will unsere Dienste, also muss sie halt warten. Erzähle den Wachhauptmann von den Fechtstunden. Damit er uns reinlässt, oder was? Und wo ist der? Ach, der kommt erst. Ähm, ja. Das ist ein bisschen, ja, diese Bugs hier. Zu langsam wird das alles hier aufgebaut. So, Alter, hör mal zu. Ja. Ach, jetzt soll ich die auch noch suchen. Ach, diese Frau. Nicht, dass sie uns jetzt von der Ecke irgendwie angreift. Das würde ich ihr zutrauen. Was ist los? Ey! Es sind ja diese Spackos hier mit den Masken. Na du. Tja, eigene Schuld, wenn sie es nie lernen wollen. Tja, eigene Schuld, wenn sie es nie lernen wollen. Hier sind aber überall welche von diesen Typen. Sollen sie ruhig mal alle angreifen oder scheiße machen? Ich greife die gerne an. Was ist hier los? Ach, die kämpfen. Darf ich mitmachen? Einmal probieren. Einmal probieren. Ähm, ja. Ich lasse es einfach so. Komm, nicht reden hier jetzt. Ich will sehen, ob ich verliere oder nicht. Oh, gleich hier angreifen im Arsch. Mer bitch. Mann. Er kriegt irgendwie keinen Schaden, kann es sein? Warum nicht? Mann. Seine Ausdauer ist echt gut. Meine irgendwie nicht. Mann. Arsch. Ich will dir auch eine reinhauen. Warum klappt es nicht so gut? Au. Penner. Aber wir haben es geschafft. Yes. Der war aber ganz schön ein harter Brocken. Jaja, dankeschön. Okay. Ja, die reden ja so, als ob es wirklich so wertvoll ist. Okay. Jetzt haben wir uns ein bisschen geprügelt. Und da gab es ja noch einen, diesen einen Typen, wo wir immer betrügen sollten, dass wir so tun sollen, als ob wir jetzt so schwach sind und verlieren. Der hat uns ja auch ganz schön fertig gemacht. Ich habe Lust, den abzuschießen. Ho, 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 tschüss. So, die Kronen nehme ich gerne alle mit. Braucht ihr eh nicht mehr. Ich will zu dem hier. Gibt ja nichts. Na gut. Mann, wo ist die denn hingegangen? Verdammt. Ja, du bist da. Sehr schön. Aber bevor ich jetzt zu ihr hingehe, mache ich erstmal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Hm. Da.